So, da sind wir zu Hazard Ops. Diesmal ein anderer Mode. Und zwar Survival. Scheiße. Genau, im Sanguine Asylum. Erklär mal, was ist Survival? Was ist das? Survival Ace sind da ausgebrochen und wir müssen jetzt lange die Wellen überleben. Und die werden dann immer stärker und größer. Für uns ist ja kein Problem gegen Zombies, da sind wir doch geübt, oder? Ich habe jetzt nochmal meine Ausrüstung geändert, das zeige ich euch gleich mal. Ich habe jetzt die Ska-L als Hauptwaffe und ich habe mir noch einen Katana als Nebenhandwaffe diesmal reingehauen. Ich habe das soweit alles gelassen, bis auf meine Hauptwaffe, da habe ich jetzt eine G36. So. Gut. Wo und One. Ich gebe mal hier rein, das ist irgendwelche Waffensymbole. Auch hier gibt es Shotguns. Und Arkans. Ah, die ersten Zombies kommen. Ja, da kommen sie schon. Boah, hier direkt hier. First. Ich habe ab das First Blood geholt. Jetzt auch ein ganz anderer Spielmodus. Also hier gibt es jetzt keine Story. Das ist jetzt einfach so was. Das hat mich jetzt sehr, sehr, sehr an Call of Duty. Genau. So ähnlich ist das jetzt hier auch aufgebaut. Also hier sind sie überall Zombies und wir müssten sie einfach nur totschießen. Jetzt kommen wir einfach jeden Kill. Böse Hunde gibt es hier auch. Oh, da ist jemand nachgejoint. Jetzt sind wir vier. Ja. Hier müssen wir so ganz Zombiefilmmäßig mal die Shotgun. Ich denke, ich bleib mal unten, ihr könnt ja oben bleiben. Ich bleib mal unten so ein bisschen. So. Runde zwei. Geht gleich los. Es geht los. So, ich pastiere mich hier schon mal mit dem Dick. Oh, jetzt kommen hier die bösen Hunde. Ich glaube, ich gucke mal hier draußen noch mit. Weil in meiner Ecke war gerade echt wenig los. Wow. Naja, hier draußen geht gerade ein bisschen was ab. So, da ist noch einer. Ah, cool. Der Hund hat gerade so einen Speed Buff gedroppt. So, meine Muni ist alle, aber ich habe ja noch eine Waffe. Hatchet. Runde drei. Wir sind schon weiter. Wir sind jetzt in Runde drei Leute. Ja. Ja. Ich bleib jetzt mal hier unten. Schau mich jetzt hier mal um. Mit meinem Katana jetzt. Ich glaube, jetzt kommt auch bald stärkere. Ah, cool. Man kann ja auch irgendwie reparieren, sehe ich gerade bei dem anderen. Ja. Ich hau mit meinem Katana einfach mal gegen Eisen. Äh, sterbt ihr bösen. Oh. Ja, wir sind jetzt auch wieder noch einer mehr. Oh, Runde vier. Noch bin ich Platz eins. Hehe. Ja, ich bin wieder irgendwo ein bisschen weiter hinten. Aber bei mir kann kein Glück bleiben. Bei mir kommen gar keine Gegner, wo ich immer so bin. Runde vier. Ich bin gespannt. Kommt her, ihr blöden Zombies. Ah, hier. Bam. Headshot. Boom. Headshot. Try hit me. Try hit me. Oh, jetzt kommen schon da keine Zombies bei mir. Das war jetzt hier gerade weg. Jetzt geht es hier los, oder was? Jetzt hier. Oh, hier. So, gib mir meine Muni flöten. Äh, fühlt sich die eigentlich nach jeder Runde auf? Nein. Krass. Oh, ich habe einen Shotgun aufgehoben. Boah. Da ist einer, den will ich töten. Zack. Boah, mit der Shotgun, das ist es halt. Die Shotgun ist wahrscheinlich richtig nice im Nahkampf. Ja, so soll sie ja auch sein, die Waffe. Ja, klar. So, ich bin überholt, weil ich einfach keine Gegner richtig finde. Ne? Und ich keine Muni mehr habe. Da hätten es ein Munitionszeichen, aber da ist ein Tor vor, was verschlossen ist. Geht dahin, wo ihr jetzt hergekommen seid, ihr Monster. Genau, zu Zombie auf den Kanal. Wo ihr hergekommen seid. Alles, Zombie, seine Zuschauer. Nein, Spaß. Ja, ist doch klar, ist doch, ist doch richtig. Pam. Oh, ich liebe Shooter. Mir wird das total Spaß, sowas. Oh, 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 das ist ja so dicker. Und irgendwie ist mir mein Katana flütenlang, aber ich repariere jetzt hier erstmal dieses Fenster. Zack, habt ihr Dicken erwischt. Boah. Du hast fast da draußen Spaß mit Dicken. Ja. Meine Waffen sind jetzt auch alle leer. Auch nur noch hier mein cooles Schwert. Wo kommen die Gegner? Bleibt mir bloß weg hier. Cool. Töte Gegner mit dem Katana. Okay. Ich würde gerne die Waffe hier aufnehmen. Danke. Ah, da kommt jetzt gerade so einen Dicker raus. Und ich habe ihn ganz ans alleine mit dem Katana niedergestreckt. So, Alter, hier oben ist echt mal... Ah, doch, hier ist noch einer. Oh, das ist hinter mir. Versuch dir von hinten anzugreifen. Ah, den Sergei, den Moorgame. Alter, ey. Verdammte Zombies. Ich liebe das, Zombies abzuknallen. Ich finde das... Das ist super, das macht mir gerade voll Spaß. Ach, das sind Zombies? Ich dachte, wir kämpfen hier gegen wehrlose Frauen. Ja, dachte ich auch erst, aber es sind doch Zombies. Ah, wir können jetzt da weiter, siehst du das? Das ist unlo... Wir können hier durch. Ah, sehr gut. Da oben gibt es auch glaube ich Munition, oder? Ja, hier ist Muni. Oh, den hole ich mir. Einmal? Äh, geil. Round 7 sind wir schon. Das heißt, das Gebiet erweitert sich, oder wie? Ja klar, wir schalten immer... Also, wir kommen immer weiter vor. Wäre ja auch langweilig sonst. Ach, guck mal hier. Da musst du so richtig Krankenbetten und alles rumstehen. Aber ich habe jetzt keine Muni bekommen. Da kommt gleich ein Dicker durch. Da hat jemand einen Flammenwerfer, oder so. Verdammt. Ich habe ihn niedergeschlagen. Den dicken. Komm, oh müh! Oh, da kommen viele Zombies. Und ich slashe sie alle mit meinem Schwert. Das war cool. Das war cool. Das war cool. Weave Clear Bonus. Wir sind schon bei Runde 8, Alter. Wir kommen richtig gut voran. Ja. Wir sind auch gerade wieder da, wo wir mal ange... Oh, hier ist eine Waffe. Da kann ich... Da brauche ich irgendwie Punkte für, die ich nicht habe. So, da sind wir dabei. Neue Waffe. Yeah. Neue Waffe. Alle schön in Schuss halten. Alle schön in Schuss halten. Komm nur her, Hundi. Zack. Headshot. So. Der nächste, der nächste, der nächste. Oh, da ist ein dicker. Ach, er ist schon tot. Ich frage mich, wie viele Runden es hier gibt in diesem Modus. Ich habe 70 zu 0 Kills einfach. Ja, ich habe irgendwie nur 24 zu 0. Der Mord. Da hätten stirbt jemand. Dracker stirbt. Ah, wir müssen sofort zu ihm hin. Ah, der ist schon unterwegs. Der Weg ist hier noch offen. Konntest du ihn noch retten? Ja, wir haben ihn gerettet. Voll geil. Oh, hier, Munition. Meine. Ich will haben. Aber erstmal alle Waffen nachladen, ist das schön. Wenn man erstmal voll nachladen kann. Man kann übrigens die Zäune wieder reparieren. Ja, klar. Das mache ich ja die ganze Zeit. So ist brav. Was denkst du, was ich hier mache? Dumme in der Gegend rumstehen oder was? Ja. Weißt du, du hast recht. Weg von meinem Zaun. Oh, hier ist nochmal so ein großer. Boah, direkt mal den großen. Boah. Hab dich gerettet. Nein, scheiße. Boah, hilf mir. Hilf mir, boah. Kommt so viele Zombies. Nein. Ich muss wechseln zum Stammgewehr. Ach das. Ich hole mich selbst zurück. Geise, diese, diese komische Hackfresse von dem Typen zu sehen. So. Okay läuft. Ich lebe wieder. Bei mir läuft. Ich lebe noch. Einen Gegner haben wir noch hier in der letzten. Enemy 1. Ja, das ist da hinten. Ich sehe irgendwo auf der Karte. Ich renne da gerade hin. Ist tot. Boah, wie viele Runden gibt es denn hier? Ah, Round 10 von 10. Das ist jetzt die letzte, die letzte Runde. Oh. Ah, hier kann man, ah. Guck mal, seine Punkte. Ach, guck mal was ich jetzt hier gemacht habe. So eine fette Falle gebaut. Kann ich hier nicht hier wieder drauf drücken? Keine Ahnung. Ich habe keine Munition. Ah ja. Oh no. Was hat der da? Oh. Okay, ich gehe da mal lieber weg. Na ja, jetzt ist hier einiges unterwegs. So ein böser Doktor kommt. Ein böser Hund kommt auch noch an. Naja. Da kommt wieder zwei, da kommen drei Dicke. So, MG. Wir räumen mal auf hier. Ja ja, ich habe ein fettes Maschinen, die wäre hier. Ich habe ein MG aufgestellt, also so ein großes. Ah, das hätte ich auch mal machen können. Kann ich ja mal machen. So, hier. Zack. Aber auch ein Torred aufgestellt. Ah, Monet, 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 Monet. Hier gibt es einen Bonus. Ah, Double Damage. Ich bin erstaunt, dass das so schön flüssig bei mir eigentlich läuft. Ja, bei mir auch. Ich bin auch noch Platz eins. Das freut mich. Ja, ich bin immer noch Platz letzter. Platz letzter. Victory. Ja, haben wir es geschafft hier. 99 Kills zu Null. Sehr geil. Alter, Moor ist echt der Beste. Yeah, sehr geil. Yeah. Oh, ich habe jetzt ein Gun Turret bekommen. Wieder die 100 Dollar, 2000 davon und bla. Gun Turret habe ich auch bekommen, ja. Und Level Up habe ich auch bekommen. Ich bin jetzt Level mehr. Echt? Ich bin immer noch Level eins oder so. Ich bin echt immer noch Level eins. Ich bin Level drei. Krass. Obwohl wir echt zwei Runden gezockt haben zusammen. Okay. Das war der Modus Survival. Ich hoffe, er hat euch so weit gefallen. Fuck yeah. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Genau. Bis dann. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüü�y. Das war der etwas andere Modus Survival. Den finde ich eigentlich ganz cool. Den finde ich richtig cool. Mir hat das unheimlich Spaß gemacht. Und morgen startet das Beta-Event. Wo wir, wo ich ein paar Case verlose. Ich kann es zählen. schon kam, ich hoffe es einfach mal und wir sehen uns im nächsten Part wieder, bis dann und tschüss wenn euch das gefallen hat, lasst doch einen Kommentar da